Heute möchte ich mal ein größeres Projekt vorstellen, das mich die letzten Wochen tatsächlich beschäftigt hat und jetzt Mary Ringer zum Abschluss gekommen ist. Und zwar geht es um folgendes Szenario. Also ich gucke sehr gerne Filme und beschäftige mich auch gerne mit den Schauspielern und SchauspielerInnen und möchte sozusagen gerne wissen, ja, haben die vielleicht schon mal einen anderen Film mitgespielt, die ich kenne? Und wenn ja, welche Rollen haben die da gespielt? Also Beispiel Jessica Chastain, die spielt bei Interstellar mit, großartige Rolle und da gucke ich mir immer an, ja, in welchen Filmen haben die denn noch gespielt? Und dann kann man zum Beispiel auf Wikipedia hier gehen, wo es dann weiß ich ja nicht, okay, welche Rolle hat sie denn da gespielt? Und ich kann mich vielleicht auch nicht unbedingt an den Titel des Films erinnern, sondern nur an Bilder oder an die Handlung. Das heißt, ja, ich bräuchte sozusagen eine andere Erinnerungsstütze. Und bei IMDB, also der International Movie Database, da ist es eigentlich ähnlich. Da sehe ich zumindest immer den Namen des Charakters, aber ich kann mich natürlich nicht an die Namen erinnern von allen möglichen Filmen. Also ich merke mir eher so die Figurenkonstellationen oder halt, wie sie eben ausgesehen hat in dem Film. Und genau das habe ich jetzt programmiert, sozusagen, was mir diese ganze Arbeit abnimmt, weil manchmal sitze ich da jetzt echt mega lange und manchmal fange ich Film an und gehe erstmal die ganzen Schauspieler und Schauspielerinnen durch. Also das Programm heißt Actors Info. Das ist erreichbar über diese URL, actorsinfo.herucoapp.com, jeweils zum aktuellen Zeitpunkt. Und ja, also das ist in verschiedenen Sprachen verfügbar. Ich stelle das halt mir auf Deutsch. Also hier oben ist so ein Hamburger Menü, was ich ja im letzten Video vorgestellt habe. Und da kann ich jetzt zum Beispiel mal Testika eingeben. Dann wird schon so eine Schnellsuche durchgeführt. Die normale Suche, also wenn ich jetzt hier draufklicke, startet es direkt schon. Ich kann aber auch auf Suchen klicken und dann bekomme ich hier nochmal eine Übersicht über alle Suchergebnisse. Und wenn es mehr als 20 sind, kann ich hier auch auf Finde mehr klicken. Und ja, hier ist sie ja schon, Jessica Chastain. Kann ich dann draufklicken. So, und jetzt habe ich hier eine Auflösung aller Filme, in denen sie mitgespielt hat, mit passenden Bildern dazu. Hier oben gibt es auch noch eine Biografie. Also gehen wir das mal von oben nach unten durch. Also die Biografie ist hier erstmal in so einer Kurzversion. Man kann auf mehr lesen klicken. Dann kann man einen Link erstellen. Das heißt, wenn ich den jetzt hier oben eingebe, dann hat man hier die ID der Schauspielerin und die Sprache. In diesem Fall als OL-Parameter. Und dann, wenn ich das eingebe oder an jemanden schicke, über den Messenger zum Beispiel, dann kriegt er auf jeden Fall wieder diese Seite. Ähm, genau. Dann die Bilder, die werden hier so aufgelistet, dass sie wirklich in einem Kachelmuster schön angeordnet sind. Und ich zeige das mal, wenn ich hier zum Beispiel auf 20 Bilder gehe. Dann ist das halt genau bündig, ne? Also hier, das war auch nicht so leicht, sagen wir es mal so. Ähm, man kann immer wieder hochscrollen über diese Dreiecke hier. Jeder Film ist verlinkt. Also hier sieht man ja schon unten ihren DB-Link. Dann steht hier der Charakter. Und ich finde, über solche Bilder kann man sich viel besser an die Rolle erinnern. Leider ist es natürlich so, also das ist ja übrigens über die Yahoo-Suchmaschine und hier über diesen kann man auch sich alle anderen Bilder anzeigen lassen. Natürlich ist diese Suche nicht immer perfekt. Also es kann natürlich auch mal so generische Bilder geben wie hier. Da ist sie auf irgendeiner Presseveranstaltung, wahrscheinlich Filmvorführung oder sowas. Es ist also nicht immer perfekt, aber zum Beispiel hier sieht man auf jeden Fall, das sind schon Bilder aus dem Film, ne? Und für mich ist das eine super Erinnerungsstütze sozusagen. Oder auch manchmal auch eine Einladung, vielleicht den Film zu sehen oder so, wenn die Bilder interessant aussehen. Hier, Tree of Life, super Film. Also genau, wenn mich jetzt zum Beispiel mehr an Bilder interessieren, kann ich zum Beispiel jetzt so E&DB gehen oder ein paar Infos lesen. Also das ist alles verlinkt. Wenn man hier ganz nach oben geht, kann man auch zu den TV-Serie nach unten scrollen. Ja. Genau. Das ist im Wesentlichen das, was hiermit gemacht werden kann. Und ich habe hier oben, wie gesagt, auch ein Menü. Also wenn man hier nach unten scrollt, dann wird das ausgeblendet. Aber man kann auch ein bisschen nach oben scrollen, dann ist es wieder da. Da kann ich also erstmal die Info anzeigen lassen. Das ist im Wesentlichen das, was ich gerade erzählt habe. Und hier steht noch so ein bisschen, welche Technologien eingesetzt werden. Die Sortierung. Ich gehe mal wieder zurück. Kann entweder hier chronologisch erscheinen. Also von 2008 in diesem Fall der erste Film oder andersrum. Also antichronologisch. Das sind jetzt Filme auch ohne Jahr, weil die teilweise in Post-Production sind. Da weiß man noch gar nicht, wann die erscheinen. Und man kann halt die Bilderanzahl einstellen. Das habe ich ja gerade schon gemacht. Und man kann die Suchmaschine einstellen. Das ist in diesem Fall Yahoo oder Google. Also ich habe mit verschiedenen Bildersuchmaschinen rumgespielt. Letztendlich war Yahoo am zuverlässigsten, was sozusagen den Zugriff angeht. Also zum Beispiel bei Ecosia, die Suchmaschine, die ich normal so verwende im Alltag. Da war es so, dass der Zugriff untersagt worden ist. Zumindest, wenn ich das auf so einem Web-Server mache. Bei Google sieht man leider nur relativ kleine Bilder. Das liegt daran, dass die echten Bilder von Google auf ihrer Suchmaschine erst nachträglich mit JavaScript eingefügt werden. Also hier sind die auch relativ kleine. Aber wenn man draufklickt, kriegt man die größeren. Und da war es tatsächlich ein großer Aufwand, die echten Bilder zu bekommen. Ich habe es auch hinbekommen, aber als ich das denn jetzt hier online gestellt habe, dann ging es halt nicht mehr. Und kann natürlich auch einfach ein Sicherheitsaspekt sein oder so. Das sind natürlich nicht meine Bilder hier oder so, sondern ich nutze sozusagen andere Dienste. So, womit finde ich eigentlich die Filme? Also das geht mit der The Movie Database API. Also es wäre natürlich schön, direkt mit der INDB zu arbeiten, aber die haben keine offizielle API mehr. Also API heißt Programmierschnittstelle auf Deutsch. Und damit kann man halt solche Daten bekommen, wie zum Beispiel, liste mir alle Filme auf, wo ein Schauspieler drin vorgekommen ist. Und die haben auch eine API, also tmdb.api. Also hier wird erklärt, wie man die API nutzt. Aber man muss auf jeden Fall einen API Key bekommen. Und für nicht kommerzielle Zwecke ist das dann alles kein Problem, auch kostenlos. Und genau. Was ich jetzt eigentlich in diesem Video machen wollte, ist einerseits dieses Projekt mal kurz vorzustellen. Das habe ich ja gemacht. Also geht gerne mal auf die Seite und ihr könnt mir auch gerne Feedback hinterlassen. Ich werde wahrscheinlich noch in Zukunft da ein bisschen was dran schrauben, hier und da. Aber im Wesentlichen ist das fertig. Also ich würde mich über Feedback freuen und vielleicht könnt ihr das ja auch mal einsetzen. Genau. Und andererseits wollte ich mal erklären, wie das grundsätzlich geht. Also wie kriege ich denn Daten von einer API? Und so, dass ich die dann sozusagen hier verwenden kann. Also vielleicht mache ich jetzt nochmal ein anderes Beispiel. Woody Harrelson. Irgendwie muss ich ja die Filme bekommen, die hier aufgelistet werden. Und da muss ich ein Request an die API der The Movie Database schicken. Und das wollte ich jetzt mal zumindest erklären. Also das ganze Projekt zu erklären wäre viel zu aufwendig. Der Source Code F dafür ist mittlerweile riesengroß. Aber diesen Teilaspekt wollte ich einmal genau erklären. Bevor ich starte, wollte ich noch kurz ergänzen. Das ist auch alles kompatibel mit Handys. Also zum Beispiel, wenn ihr diese Seite jetzt auf einem Handy aufruft, in einem Browser dort, dann skaliert sich das hier entsprechend. Dann geht der Search Button halt unter dem Textfeld hier. Ansonsten ist es alles so, dass es halt auch immer noch gut sichtbar und lesbar ist und diese Bilder sich jeweils neu anordnen, dass sie trotzdem noch an diesem Raster bleiben. Das heißt, man kann es auch sozusagen als App benutzen. Also ich habe mir ein Lesezeichen gesetzt auf die URL, dieses Lesezeichen auf die Startseite gelegt vom Handy. Das heißt, ich kann da jederzeit darauf zugreifen, als ob es eine App ist. So, jetzt möchte ich mal anhand eines Beispiels erklären, wie man diese Daten von der tmdb-API bekommt. Ich habe hier dazu schon mal so eine HTML-Seite gebaut, ganz rudimentär, einfach mit einer Überschrift und einem Link. So ein bisschen gestylt und eine JavaScript-Datei Main.js eingebunden. Da steht jetzt noch nichts drin, außer diese konstante API wird importiert. Ja, und da schreibe ich die API-Basis-URL rein. Also alle API-Abfragen beginnen halt mit dieser URL und haben dann halt noch Anhängsel, je nachdem, wonach man sucht. Und man muss dann noch immer den API-Key als Parameter auch noch übergeben. Das ist ja sozusagen mein Passwort, um an die API ranzukommen. Das heißt, den zeige ich jetzt nicht, aber ich trage den hier gleich ein und dann kann ich halt in Main.js mit API.key darauf zugreifen, ohne dass ihr das sehen könnt. Achso, und wenn man sowas jetzt wirklich programmieren würde und ins Netz stellt, dann ist es natürlich auch so, dass man hier alle JavaScript-Dateien sehen würde. Das heißt, man braucht auf jeden Fall noch einen Server, der diese API-Credentials hat. Das darf auf keinen Fall beim Client zu sehen sein, weil dann hätte der letztendlich die Zugangsdaten. Das sollte vermieden werden. Bei Actos Info habe ich übrigens Node benutzt und Express als Server. Und auch socket.io, also dieses Framework, was ich auch schon in anderen Videos erklärt habe, um sozusagen diese Trennung zu machen. Also was der Client hier sieht, das ist eigentlich nur sozusagen das Beschönigte, das dessen, was der Server ausrechnet. Und jetzt in diesem Beispiel trenne ich das aber nicht, weil es einfach nur um die Illustration gehen soll. Okay, das heißt, ich trage jetzt gleich den Key hier ein und dann machen wir gleich bei der Main.js weiter. Okay, das heißt, wir können jetzt hier mal eine URL definieren, wo wir jetzt eine Abfrage machen wollen mit der API. Ich mache das mal ein bisschen größer hier. Okay, also die fängt an mit der API.URL. Dann kommt, wir suchen mal hier nach einem Namen. Dann kommt das hier. Und dann kann ich hier in die Referenz gucken, Query, da kann ich jetzt einen Suchbegriff eingeben. Solche Suchen beginnen wir immer mit einem Fragezeichen. Das ist eigentlich ganz intuitiv. Man schickt dann eine Frage hin, sozusagen. Meine Frage ist, wer ist meinetwegen Tom? Tom Hanks. Finde ich da was? Und jetzt muss ich halt mein API Key noch übergeben. Also, und API unten Strich Key gleich und jetzt kann ich hier auf mein API Punkt Key zugreifen. So, das ist einfach meine URL. Und die grundlegende Funktion jetzt, ein Request an diese URL zu machen in JavaScript ist Fetch.URL. Das ist genau gesagt, also man könnte jetzt natürlich vermuten, okay, das hat irgendein Ergebnis. So geht das aber nicht. Das ist nämlich ein Promise. Das heißt, eigentlich ist es so, dass man erstmal warten muss, bis der Server fertig ist. Und dann kann ich was mit der Response machen. Also diese, und dann muss man das auch öfters mal so ketten und verketten und so. Das ist relativ unhandlich. Ich habe das auch erst bei diesem Projekt ActorsInfo gemacht und, naja, nicht zu empfehlen. Besser, man macht das mit Async und Wait. Das geht so. Ich packe das hier immer alles in so eine Testfunktion. Ups. Test. Async Function. Und dann kann ich in dieser Async Function, also in dieser asynchronen Funktion, kann ich eben genauso was reinschreiben, als ob es eine ganz normale Variable ist. Fetch.URL. Und dann muss ich das noch umwandeln in ein JavaScript-Objekt, weil zur Zeit, das wären nur JSON-Daten, damit kann ich nichts anfangen. Also ich wandle das um, das ist auch ein Promise, das heißt auch wieder Wait. Und dann kann ich ja mal versuchen, das Objekt zu loggen. Und hoffe, dass ich dann irgendwas bekomme. Jetzt führe ich die Funktion noch aus. Gucke ich hier mal rein. Und tatsächlich, ich habe hier ein Objekt. Mit Console.deer kann man das ein bisschen anschaulicher machen. Dann habe ich hier also ein JavaScript-Objekt, zum Beispiel mit den Eigenschaften Page, Results, Total Pages, Total Results. Das heißt, er hat genau ein Resultat gefunden. Angenommen, ich mache jetzt mal Tom als Suchbegriff, dann kriege ich mehr Ergebnisse. Es werden immer nur 20 Ergebnisse übrigens angezeigt pro Seite, also ich könnte jetzt hier in den Query noch Page gleich zwei zum Beispiel schreiben, um die nächste Seite zu bekommen. Und das habe ich dann auch in dem Projekt hier eingesetzt. Dann klicken wir mal mehr rauf. Also übrigens ein super Tool, um sowas hier durchzugehen, ist Postman. Das zeige ich jetzt aber nicht, weil wir können ja eigentlich auch direkt mit der Konsole arbeiten. Aber normalerweise für größere Anwendungen, das habe ich auch hier benutzt, muss man Postman verwenden, um solche APIs mal durchzutesten. So, das heißt, dieses Result ist irgendeine Array, das kann ich ja hier schon mal definieren. Und jetzt könnte ich durch iterieren, also for const result of results, soll er mir mal, was hat so ein Result, zum Beispiel einen Namen. Also könnte ich hier sagen, name gleich result.name, console.log name. Und dann habe ich hier alle Namen, die auf die Suchanfrage hier passen. Ja, jetzt wollen wir ja nicht irgendwie nur mit der Konsole arbeiten, das heißt, ich werde jetzt doch schon mal ein bisschen das Grafisch aufpeppen. Und dazu gehen wir in unsere index.html rein und werden nochmal so ein kleines Interface einbauen. Also machen wir eine Überschrift, search for actors. Also wir suchen jetzt nach Schauspielern. Und da haben wir einerseits einen Input vom Type Text. Ich mache das hier mal größer. Der ID name input. Und genau, dann noch ein Input von Type Button, der den Text Search hat und die ID ist Search Button. Und jetzt kann ich, ich habe hier noch jQuery eingebunden. Und jQuery kann ich wunderbar sagen, was passiert jetzt. Also erstmal kann ich diesen Search Button auswählen. Search Button, wenn ich da drauf klicke, da soll was passieren. Und zwar kann ich den Namen aus diesem Textfeld bekommen. Also name, Input, Value. Und ja, dann kann ich diese Funktion jetzt mal umbenennen. Search Actors, das ist ja noch irgendein Name. Dann kann ich die URL hier reinpacken. Dann ist das hier mein Name, denn das ist also mein Query hier. Und genau, dann muss ich hier noch schreiben, dass er jetzt diese Funktion noch ausführen soll. Das heißt, wenn alles gut geht, sollte ich jetzt, wenn ich hier zum Beispiel Tom eingebe, genau das passieren. Oder Ellie. Okay, und jetzt mache ich das noch ein bisschen grafischer, indem ich hier eine Liste einfüge. Und die ID Actor List. Und anstatt das hier einfach nur zu loggen, was ja relativ unansehnlich ist, erzeuge ich ein neues Element. Und mit jQuery geht das zum Beispiel so, constItem. Und jetzt mache ich ein Listen-Element. Und der Text. So, ich mache das mal wieder groß. Der Text soll halt gerade der Name sein. Tatsächlich haben wir auch noch eine ID, die brauchen wir auch gleich noch. Also in dieser Database. Vor allen Dingen, es gibt ja auch tatsächlich Schauspieler, die haben dieselben Namen. Aber die sollten natürlich den unterschiedlichen ID's bekommen. Und deswegen ist alles, was dann weiterhin passiert, auch bei der Actors Info, wird natürlich nicht über die Namen gemacht, sondern über die IDs. Auch wenn man das als Endnutzer oder Endnutzerin gar nicht sieht. Das heißt, ich mache wieder ein Tablet String. Und schreibe hier auch noch in Klammern die ID rein. Ja, das Item füge ich einfach zu meiner Actor-List hinzu. Also wähle ich das aus. Append Item. Ja, und vorher sollte ich natürlich noch zusehen, dass das, was da vorher war, geleert wird. Also HTML wird leer. So, dann können wir jetzt die Konsole auch ausmachen, weil das soll jetzt ja hier grafisch werden. Also Search for Actors. Machen wir mal Brian. Ja, und dann nennen wir alle, genauer sagt, die ersten 20. Also die nächsten wird man dann über diese Page-Funktionen sehen. Alle Schauspieler angezeigt, die auf diesen Suchbegriff passen. Und in der Klammer wird noch die ID angezeigt. Und was wir jetzt machen, ist, alle Filme zu finden, die der Schauspieler mit der jeweiligen ID hat. Und dazu kopieren wir einfach mal dieses Formular. Ich habe hier übrigens noch das Main hinzugefügt, damit die Styles hier auch greifen. Also wir kopieren das einfach. Ach so, die Überschrift auch. Und schreiben aber Search for Movies auf an Actor by ID. Und ja, machen hier was ganz Ähnliches. Also wir fragen jetzt aber nach einer ID. Den Button sollten wir irgendwie anders benennen in einer ID. Und hier haben wir dann eine Movie List. Und die können wir dann auch durchnummerieren. Also nicht mehr eine Audit, sondern eine Audit List. Das ist übrigens eine Visual Studio Code Erweiterung hier, die dafür sorgt, dass die Tags immer angepasst werden. Also wenn ich zum Beispiel dieses P hier umwandle in Span, dann ist es unten auch automatisch umgewandelt. Das nochmal am Rand. So, dann habe ich das schon mal. Jetzt muss ich die Funktionalitäten noch hinzufügen. Also, wenn ich auf den, oder ich kann das einfach hier kopieren. Das ist ja sehr ähnlich strukturell. Wenn ich auf den Press Button klicke, dann kriege ich eine ID aus dem ID Input. Und dann mache ich nicht Search Actors, sondern Search Movies. Ja, und die Funktion definiere ich die jetzt. Die wird ja auch sehr ähnlich sein. Also mache ich ja auch Copy-Paste und schreibe das jetzt einfach ein bisschen um. Also da muss ich jetzt in die Dokumentation schauen und finde, um die, also um überhaupt alle Detail zu einer Person zu finden, mache ich das hier. Ja, dann wäre der Request sozusagen schon zu Ende. Aber man kann jetzt sozusagen die URL noch erweitern und jetzt die Movie Credits suchen. Und den API Key müssen wir natürlich noch anhängen. Ja, also ohne das hier ist natürlich zum Beispiel, da kriegt man zum Beispiel das Geburtsdatum raus und die Biografie, die ich ja auch bei Actors Info habe anzeigen lassen. Aber wenn wir das hier noch anhängen, kriegen wir alle Film Credits und mit TV Credits hier entsprechend, ne. Da kriegt man alle Serien. Okay, so, und den Rest können wir eigentlich ähnlich machen. Hier muss es natürlich, mal kurz gucken, wie das hieß, Movie List. Also, kopieren wir das rein. Ja, und hier, das kommentieren wir jetzt erstmal aus. Und wir gucken uns einfach mal in der Konsole an, was können wir denn mit den Daten machen. Okay, das ist ein bisschen, achso, ich bin ja noch im Mobile-Monus. Also, mein Finger 1, 2, 3. Results is not available. Okay. Dann machen wir das nochmal überhaupt hier raus. Dann kommentieren wir mal alles aus. Okay, der APIQ wird anscheinend nicht richtig erkannt. Schaue ich mal kurz, woran das liegt. Achso, man muss hier Fragezeichen schreiben. Also, vorher war ja kein Fragezeichen. Also, die erste Abfrage ist sozusagen mit einem Fragezeichen und dann kommen nur noch diese Und-Zeichen, wie hier zum Beispiel. Jetzt kriege ich eine Antwort. Genau, und da sehe ich jetzt, ich weiß gerade gar nicht, wer das hier ist. Können wir ja spaßeshalber machen. Also, wie ich schon erklärt hatte, wenn ich das jetzt hier weglasse, dann sehe ich, aha, das ist Barry Osborne, wer auch immer das ist. Ist dann geboren. Hier hat man so ein Profilbild tatsächlich. Ja, also, von dem haben wir jetzt also die Filme. Da hat man einerseits die Filme, in denen er mitgespielt hat, Cast, und dann die Spiele, in denen er irgendwelche anderen Rollen übernommen hat, also zur Crew gehört hat. Wir interessieren uns ja nur für Cast. Und dann sieht man hier ganz viele Ergebnisse. Klicken wir mal auf den ersten drauf. Und da sieht man jetzt also die ganzen Infos zu dem Film. Also insbesondere hier Title und, was wir auch noch wissen wollen, Release Date. Und auch allen möglichen anderen Krams, die man dann halt verwenden kann, wenn man das möchte. Das heißt, unser Object ist so aufgebaut, dass wir ein Object von Cast haben. Das nenne ich jetzt mal Credits. Und ich kann jetzt durch diese Credits durchlaufen. Und kriege den Titel über Credits.titel. Und kriege das Release Date. Da will ich jetzt nur das Ja haben. Das heißt, ich mache ein Substring. Die ersten vier Zeichen. Manchmal ist das nicht verfügbar. Und damit das zu keinem Fehlerzeug kann man hier ein Fragezeichen vor den Punkt setzen. Und dann mache ich hier Title und in Klammern das Ja. Und füge das zur Movie-Liste hinzu. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier nach Natalie suche, dann habe ich hier Natalie Portman gefunden. Hat die ID 524. Kann ich die hier eingeben. Und dann sehe ich tatsächlich alle Filme, in denen Natalie Portman mitgespielt hat. Und in Klammern dann halt das Ja. Wenn es verfügbar ist. Ja, und das ist letztendlich die Grundlage. Also, für dieses Programm hier. Actors Info. Also tatsächlich habe ich hier genau dieselben Daten. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier die Daten in JavaScript. Und jetzt können wir mit denen machen, was wir wollen. Ja, also wir könnten. Also, es ist eigentlich auch eine Einladung an euch. Wenn ihr eine API findet und ihr möchtet mit den Daten irgendwas machen, weil ihr öfters mal damit irgendwie was sowieso immer wieder dieselben Schritte macht. Schreibt einfach ein Programm, welches das automatisiert. Ich finde es auch faszinierend sozusagen, dann in die Details von diesen APIs reinzugehen. Und auch jetzt in diesem Fall von der Suchmaschinen. Da ist es auch noch so, dass ich ein Fetch-Request hier nicht nur an einer API mache, sondern an einer URL von der Yahoo Suchmaschine. Also, von dieser URL hier. Und dann muss man noch Cheerio benutzen, um diese Elemente hier durchzuscrapen sozusagen. Also, das hat auf jeden Fall riesig Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick bieten, was für Techniken hier hinterstecken. Also, ich hoffe, es war alles verständlich soweit und ich freue mich über eure Kommentare. Bis zum nächsten Video. Dann.